Herzlich Willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich dir, was Paypal ist und was Paypal alles bringt und wie du dein eigenes Paypal-Konto erstellst. Ja, Paypal ist eine Möglichkeit, online ein Konto quasi einzurichten, mit dem du in Online-Shops bezahlen kannst. Paypal ist das meistverbreiteste neben Kreditkartenzahlung und Sofortüberweisung, was du in fast jedem Online-Shop nutzen kannst. Und es macht dein Banking online sicherer, wenn man bestimmte Schritte nutzt. Kleiner Hinweis, bei Amazon kann man beispielsweise nicht mit Paypal bezahlen. Das heißt, nicht überall kann man mit Paypal bezahlen. Das liegt immer an dem eigenen Geschäft, aber die meisten Geschäfte nutzen Paypal. Wie erstellst du jetzt dein eigenes Paypal-Konto? Du kannst hier oben einfach dich neu anmelden und ein neues Konto festlegen. Dann musst du einfach deine Daten angeben, deine Adresse und ein richtiges Konto erstellen. Du kannst das Ganze auch als Privatkunde, so nutzt du das meistens, als Einzelanwender, aber auch als Geschäftskunde nutzen. Hast du dich erfolgreich eingemeldet, sollte deine Übersicht ungefähr so aussehen, beziehungsweise noch ein bisschen anders, beziehungsweise bei der Anmeldung kannst du auch schon eine Karte hinzufügen. Wie man ein Bankkonto beziehungsweise eine Kreditkarte hinzufügt, das schauen wir uns gleich noch an. Hier auf deinem Profil hast du einmal oben links deinen Account, könntest hier auch ein Profilfoto hinzufügen, falls du es möchtest. Du hast hier die Möglichkeit, Geld zu senden, Prämien zu bekommen und weitere Vorteile zu nutzen. Hier unten rechts siehst du all deine Transaktionen, die du mit Paypal gemacht hast. Du kannst hier dein Paypal Guthaben sehen, falls du dein Konto auflädst, beziehungsweise hast du hier unten deine Bankkonto und Kreditkarten, sowie dein Moneypool, was erstmal unrelevant ist, wozu wir aber später noch kommen. Wie verbindest du jetzt Paypal oder wie funktioniert das? Du musst dir vorstellen, Paypal ist quasi einfach ein Konto, was mit deinem anderen Konto verbunden ist. Das bedeutet quasi über eine weitere Instanz, wenn du etwas kaufst, bezahlst du über Paypal und Paypal zieht es dann von deinem Konto. Was du quasi etwas zwischen deinem Konto und dem Onlinehandel versendst. Und das hat viele Sicherheiten und viele Möglichkeiten und viele Absicherungen. Du hast beispielsweise die Möglichkeit, mit Paypal deine Sachen kostenlos wieder rückerstattet zu bekommen. Erst nach 14 Tagen wird es dann etwas schwieriger, aber 14 Tage lang kannst du auf jeden Fall deine Zahlung wieder rückgängig machen, falls du das möchtest. Und kannst auch festlegen, dass nicht einfach alles von deinem Konto abgezogen heißt. Das heißt, wenn jemand dein Paypal-Konto hat, nicht unbedingt auch gleich an dein ganzes Geld rankommt. Aber dafür musst du dich erst mit einer Kreditkarte hinzufügen. Du musst nicht mal eine Kreditkarte hinzufügen, weil du hast die Möglichkeit, mit Giro Pay einzuzahlen, beziehungsweise einfach Geld einzuzahlen. Und da kannst du quasi einfach, wie so ein Konto, dein Guthaben bei Paypal aufladen. Und dann kann von deinem Paypal-Konto auch nur das abgezogen werden, was drauf ist. Das heißt, du lädst es auf und damit kannst du dann bezahlen gehen. Es ist umständlicher, aber es ist sicherer im Hinsicht darauf, dass wenn Leute dein Konto irgendwie knacken oder irgendjemand an dein Konto kommt, der es nicht haben sollte, dass dann nichts von deinem richtigen Konto, wo dein ganzes Geld drauf ist, weg ist. Du kannst aber auch einfach ein Bankkonto und eine Kreditkarte hinzufügen, wovon, wenn kein Guthaben mehr auf deinem Paypal-Konto ist, dann das Geld oder der Restbetrag abgezogen wird. Dann klickst du einfach hier unten auf Bankkonto oder Kreditkarte hinzufügen. Siehst dann hier eine Übersicht an der verwendeten Kreditkarten. Du kannst dir einfach ein neues Bankkonto und eine Kreditkarte hinzufügen. Dann wird eine Testüberweisung gemacht, wo du einen Betrag dann eingeben musst, damit das alles gesichert wird. Das dauert ein paar Tage, bis deine Karte da wirklich mit verbunden ist. Und hier hast du auch diese Möglichkeit mit den 14 Tagen, dass deine Bezahlung erst nach 14 Tagen quasi abgezogen wird, damit Paypal quasi das Geld erstmal so vorstreckt bzw. vorbehält, um dann nach 14 Tagen es erst abzuziehen, wenn die Transaktion wirklich funktioniert hat. So einfach geht das. Es gibt auch eine Paypal-App, mit der du auch deine ganzen Transaktionen verwalten kannst bzw. auch dein Bankkonto siehst und alles. Und siehst hier unter oben im Menü über Übersicht, kommst du wieder in den Bereich, wo wir vorhin waren, kannst aber bei Aktivitäten auch deine letzten Zahlungen sehen, kannst hier einen Zeitraum auswählen, kannst auch filteren nach bestimmten Sachen und ob es ein einfacher oder detaillierter Modus ist, kannst aber auch hier Geld senden. Das ist dieses Money-Dings. Damit kannst du quasi deinen Freunden ganz einfach, die auch ein Paypal-Konto haben, einfach schicken. Bzw. du hast dir verschiedene Möglichkeiten ins Ausland, in Deutschland, Geschenkkarten schicken. Du hast dir wirklich viele verschiedene Möglichkeiten. Die kannst du dir durchschauen und siehst, wie das Ganze funktioniert. Ich nutze das persönlich nicht, aber du hast beispielsweise auch die Möglichkeit, einen Paypal-Meeling zu verwenden, wo Leute dir ganz schnell einfach Geld über diesen Link quasi bezahlen können. Und so einfach ist Paypal. Du hast hier oben noch einen Einstellungsbutton, wo du alle Einstellungen zu deinem Konto einstellen musst. Du musst volljährig sein, um Paypal nutzen zu können. Hier siehst du auch all deine Adresse, deine E-Mail-Adresse, deine Telefonnummer. Alle deine Sachen könntest du bearbeiten, falls du umziehst oder so. Und so einfach funktioniert Paypal. Du siehst, kannst auch hier im zweiten Bereich Sicherheit auch nochmal dein Passwort ändern, eine Sicherheitsfrage hinzufügen und wirklich dein Konto schützen, weil Paypal ist schon wirklich sicher, aber man kann halt bei Online nie sagen, dass es 100% sicher ist, weil es immer irgendwie geknackt werden kann. Aber ich muss sagen, Paypal ist wirklich noch eine der sichersten Bezahlungsmethoden im Internet. Falls du noch Fragen zu Paypal hast, stell die doch einfach unten in den Kommentaren. Wir helfen gerne weiter. Und für mehr Tutorials kannst du gerne kostenlos unseren Kanal abonnieren.